Salam an Aleichem Morrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Heute wieder mit dem gottlosen ehrfürchtigen Bre Hamza Was geht? Leu? Du Fresse starte Alter du bist ja ein fettes Dreckskind Und seine Mutter auch Stell dir mal vor, du bist Moslem und sagst Christensteuer Die Kirchensteuer Ich kann dir den besten Arzt empfehlen Jesus Christus Wallah, mein Opa hat das 10 Jahre lang bezahlt, er wusste nicht mehr was das ist. Eine, mein Vater hat das immer abgewählt, ne? Also ich bezähle noch nicht für die G**. Digga, der Huch und so ein Pass kriegt das, ne? Wallah, was macht der überhaupt? Der sitzt und kriegt Geld. Eine. Fass die Reaction, YouTuber. Lass du retell, Allah. Teube. Teube. Digga, ich sehe da hinten Mekka. Teube. Wo wir zur Moschee da Fajr im Gebet. Du weißt nicht mal, wie viel der Cut das hat. Weiß ich halt wirklich nicht, ne? Ja, vor mir ein Gottloser. Nein. Stiff, 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 stiff. Alter, ist er tot. Oh Allah, hilf meinem Bruder in der Not und Eile. Boah, wird er sterben. Tabi. Gut geopfert. Ich habe alles gedrückt, aber nicht mal das, was richtig ist, ne? Ja, Digga, zwei Stück, Digga, sag das doch. Digga, den esse ich auch. Allah! Sag Wallah, du hast beide. It's me latein. Du weißt ja auch dabei. Einzige der Lauten ist, das ist unser Esan. Ja, und wie geht das? Ich bin hier ganz unten. Bei mir ist Shethan. Steube. Ich treffe ihn nicht. Ah, er ist tot. Ich verhöre ihn. Hast du ihn gesehen oder nicht? Ah, ich bin angriffen. Puh. Oh, das ist Bitch-Holte. Ah, wo ist er tot? Ja, da kommt einer. Da ist Lob bei mir. Da kommt ein paar Eimer. Da kommt ein paar Eimer. Ja, da kommt ein paar Eimer. Da hast du ein paar Eimer. Ah, das ist mein Gott. Ach, 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 ach! Ja, ich bin nicht alles. guitaristisch. Hier, ich bin ein paar Eimer. Ich bin nicht alles. Bitte. Bitte ist das nicht. Ja, bitte. Typische Level Das hat er mit Clementin oder man da gemacht das ist Aussotics Allah wurde Ich bin aufgut Ich bin Ich bin Ich bin Das ist Das ist Das ist Bitte mach, bitte, bitte nimm wieder, bitte nimm bitte, wenn du jetzt kommst ne? Jetzt kommst ne? Ah! Ara! Senin ananı varya, Torpedo gözünde sikim, ananın gözünü sikim, ananın gözüne balde yarağımı sokayım, orospu çocuğu. Warum scheiße so effekt? Ich bin totemann. 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 Runde 3 Murk. Nur da fühl ich mich wohl. Home sweet Allah. Mit wie vielen Jahren willst du so ungefähr dein Hatsch machen? Wie viele Jahren? Ja. Da ich eh weiß, dass ich mit spätestens 30 Sternen werde an Tollwut, denk ich immer so 25, 26. Also schon ein Jahr oder so. Ich bin ja schon 22. Egal, ich bin ja seriöser geschafft zu machen. Darf man halt nicht ananamaza noch trinken? Ananastikim, halt die Fresse! Was bist du am häufigsten gefragt ananamaza? Ananamaza. Boah, dürft ihr Kaugummis kauen? Ja, wallah. Bei mir auch Kaugummi. Immer Kaugummi. Oder wie lange dürft ihr immer trinken? Ja, wie lange? Aber wann müsst ihr aufbrechen? Weil das heißt, bei jedem ist das anders. Nein, bei jedem ist das nicht anders. Wir haben eine Religion, eine Wahrheit, ein Glaubenbekenntnis. Und das ist der Islam, nicht das Christentum. Das ist der Wahnsinn. Was der da macht in seinen Videos unfassbar mit was fürn Geist der vergiftet ist. Wallahi, Wallahi, ich sag euch meine lieben Geschwister. Bruder. Willst du was haben? Allah, hat's Axel. Schau dir mal vor, du machst ein Ausbildung und hast sie fertig. Und gehst zu deinem Grund und sagst, Anne oder Mama ich will Priester werden. Priester, du bist einfach ein General der Hölle Was verdienen die eigentlich? Weiß nicht, wenn die viel für die Kovid Der ist down Alter, hab ich kein Amy Stilbonus Muchojo Du Hurensohn Rette meine Seele, rette deine Religion, bitte Ja, über dir Schön, du baust ekelhaft Abo, wirst du sterben Wie solche Leute wie dir spieg ich nicht mehr Ich werde doch besser, du Lappen Ich betäube meine Sehne Sehne, köpfe noch nen Jakey Sackwalla Hinter dir Ach man, dicker Aber man, f*** dir jetzt kein Mob mehr, man